Servus Leute, das hier ist das sechste Video auf meinem Kanal. Es geht immer noch darum, wie wir ein schwarzes Fenster programmieren. Und ich habe auch die letzten Videos umbenannt, damit man sie besser findet. Mit dieser Punktschreibweise. Und das hier ist nach der Punktschreibweise das Video 2.5. In dem es halt natürlich geht, wie wir das Fenster gestalten. Und wir beschäftigen uns heute mit Fehlermeldungen beim Gestalten. Also beim Erschaffen des Fensters. Und die sind ungefähr mal wieder so 50 Zeilen lang. Hier. Genau. Und hier wird gefragt oder wird eine Bedingung gestellt, ob wir den Device-Context bekommen konnten. Wenn das nicht der Fall ist, wird das Window gekillt. Also wird alles wieder rückgängig gemacht. Vor allem jetzt auch bezogen auf den Bildschirm. Also alles, was man schon erstellt hat. Und wieder mal eine schöne Fehlermeldung. Der Device-Context konnte nicht generiert werden. Und ein Fehler ist das. Falsch wird zurückgegeben. Das heißt, das Fenster wird wieder geschlossen. So sind alle anderen Fehlermeldungen hier auch aufgebaut. Die haben eigentlich alle genau diese Zeilen. Nur halt mit einem anderen Text. Was wichtig ist, Fehlermeldungen sind immer dazu da, dass man, wenn man mal irgendeinen Fehler hat, dass man ihn leichter identifizieren kann. Dann kann man genau nachschauen, was ist denn da falsch gelaufen. Und dann kann man genau die Sachen raussuchen. Genau. Hier wird gefragt, ob Windows ein Matching-Pixel-Format gefunden hat. Was das genau ist, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber es ist auf jeden Fall wichtig. Dann wird natürlich der Fehler ausgegeben und wieder falsch zurückgegeben. Dann wird gefragt, ob ein Pixel-Format gesetzt werden konnte. Wenn das nicht der Fall ist, wird wieder alles rückgängig gemacht. Fehlermeldung kommt, Pixel-Format konnte nicht gesetzt werden. Und es wird falsch zurückgegeben. Als nächstes wird gefragt, ob der Rendering-Context bekommen, ob man den bekommen konnte. Und ebenfalls wieder diese zwei Sachen hier. Und die Fehlermeldung ist in diesem Fall, konnte kein GL-Rendering-Context kommen. Dann als nächstes folgt der Versuch, den Rendering-Context zu aktivieren. Und die Fehlermeldung ist in dem Fall, der GL-Rendering-Context konnte nicht aktiviert werden. Und damit sind wir auch schon mit den Fehlermeldungen beim Erstellen vom Fenster fertig. Und dann, wenn es keine Fehlermeldung gab, also wenn das Programm nicht vorher schon abgebrochen wurde, aufgrund dieses Return-Falls hier, wird ein Fenster angezeigt, Show-Window. Dann wird das Fenster in den Vordergrund gerückt. Also auch die Priorität des Fensters für Windows erhöht. Und die Tastatureingaben werden an das Programm geleitet. Und von OpenGL wird noch die Perspektive aktiviert. Dann hier nochmal Fehlermeldungen. Denn InitGL war ja eine Funktion, die wir weiter oben irgendwo schon mal, die ich euch in einem letzten Video schon mal erzählt habe von... Das ist die hier. Genau. Da werden die ganzen Sachen, die halt initialisiert werden, festgelegt. Alles, was eingestellt werden soll. Und wenn es dabei halt Fehler gab, Dann wird natürlich auch wieder das Fenster geschlossen. Und dann kommt ein Bildschirm, die Initialisierung hat fehlgeschlagen. Und dann wird False zurückgegeben. Dann am Ende wird noch Return True zurückgegeben. Also da man ja aus keiner der Fehlermeldungen aus dem Programm geworfen wurde, ist natürlich dem Programm zu sagen, dass es ganz normal weitermachen soll. Was ich noch sagen wollte zu InitGL. In InitGL wird eigentlich alles reingepackt, was man will, dass es passiert, bevor diese eigentliche Draw... Nochmal nach oben scrollen, damit ihr das besser seht. Also hier DrawGL Scene, die wird die ganze Zeit wiederholt, diese Funktion. Und wenn man Sachen hat, die initialisiert werden müssen, zum Beispiel irgendwelche großen Variablen, das ist mir in den letzten, also bei meiner Programmierung von meinem Tower Defense Spiel, von dem ich auch noch irgendwann Videos hochladen werde, öfter mal passiert, dass wenn es immer wieder initialisiert wird, dass der Computer dann abstürzt. Und der stürzt nicht nur, er fährt nicht runter, sondern es gibt ein Blue Screen und der Speicher wurde halt... Es gibt, glaube ich, einen Speicher-Overflow. Das heißt, man packt alles, was sozusagen noch davor passieren soll, in das InitGL rein. Sodass man dann... Sodass diese Sachen nicht die ganze Zeit wiederholt werden und man somit auch nicht das Problem hat von einem Overflow oder andere Speicher-Probleme. Genau, das war's jetzt für dieses Video. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert oder ein Like gebt. und falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr die ja gerne in den Kommentaren stellen. Servus, bis zum nächsten Mal.